Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, im letzten Part sind wir zu Chloe's Haus gefahren, sind jetzt in ihrem Zimmer und wir gucken uns ein bisschen hier um. Oregon Coast. Ja, Küste Origons. Ja, das ist... Diese Postkarte ist von Rachel Amber. Aha. Ich vermisse dich. Wünsche du wärst hier. Rage. Chloe Price. Blablablabla. Okay. Hatten die beiden etwa auch eine Freundschaft, Rachel und sie? Hm. Mann, ich erinnere diese Furniture. Wir haben es all den Tag schwarzen. Chloe lief das Blablabla. Okay. Wir hatten so ein Blast, diese zusammen zu schwarzen. Chloe und Max. Sie ist der Hammer. Ne, warte mal. Falscher Film. Mit Chloe und Max. Sie ist der Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in den Outfit. Warte. Power Girls. Max, Chloe und die Superkatze. Freiheitsadler. Komische Schnecke. Schwarzes Loch. Gefahr. Max und Chloe am 28.07.2007. Ja, hier sehen wir ein paar, ja, Sachen aus der Vergangenheit von Max und Chloe. Ups. Lalalalala. Lalalalala. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Lalalalala. 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 Okay. Oh, das ist ein Blablablauch. Unser super secretes Klozettlär. Chloe's Vater hat einen Dressor. Ja, das kann in vielen Jahren, also, die man sich nicht sieht, passieren. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Auch das ist ja schön. Extra eine Wand. Das ist ja eine Wand dafür verwendet, damit man das aufzeichnen kann. Bin ich klasse. Okay, Chloe. Okay, Chloe. Eine Metallbox unter dem Bett ist ein Geheimnis. Dann gucken wir mal gleich rein. Uh-huh. Okay. Beine Dank. Entschuldigung. Ich war nicht für dich. Seine Ernährung warCom提供. Wir machen es ruhig. Was ich sagen? Das ist es. Das ist das schön, das wir sie machen. Dann kommen. Oh, das ist es. Wir machen uns mit so. Wir beden uns mit einigen. Doch ich weiß nicht. Fragen wir mal, wer sie ist. Ich habe es nie vergessen. Ich habe es nie vergessen, selbst wenn ich ein Scheiße war und mich nicht in Kontakt zu halten. Aber du hattest Rachel. Rachel hatte meine Beine. Wir würden den Weltkrieg schreien. Du wirst lachen, wie anders wir waren. Sie wollte eine Star sein. Sie sieht wie ein Model. Das war unser Plan. Unser Plan. Geh die Hölle aus Bigfootville und in Los Angeles. Und was ist dann passiert? Und woher weißt du das? Wie weiß du, dass sie weggekehrt hat? Vielleicht wollte sie ein völlig neues Leben. Unlike dich, sie würde mir sagen, okay? Something hat sie passiert. Ich glaube dich. Ich versuche nur zu werden, dass sie alle deduktive sind. Before Rachel left, sie sagte, sie hat jemanden, die verändert ihre Leben. Und dann, poof. Und du hast nichts von ihr gehört? Wie alle in meinem Leben. Mein Vater, du und Rachel sind weg. Können Sie jetzt ein bisschen Musik aufbauen? Ich weiß nicht. Chloe scheint noch ziemlich sauer auf Max irgendwie zu sein, was natürlich verständlich ist, wenn man sich jetzt jahrelang nicht gemeldet hat und man ziemlich beste Freunde war, aber naja. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop, but I love how funky and outdated it is. She even covered in punk stickers, because Chloe doesn't give a shit. She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Ja. Drei verschiedene Zustände. Ja. Naja. Is this a desk or a storage space? Das ist hier die Frage. So it was Chloe who printed all those flyers. Das ist richtig. We used to dare each other to climb down, but never did. Chloe's trash overfloweth. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Okay. Schriftliche Warnung der Polizei Oregon. Strafzettel. KDAB. Verstoß gegen die Parkordnung. Strafzettel für ordnungswidriges Parken. Oh. Hm. Hey, that TV used to be in the living room. Das kann sein, ja. There's the power strip. Wollen wir mal anschalten. So. I'm not into them. Too pretentious. Gut. Dann wollen wir mal die CD einnehmen. Erstmal vorher anziehen. Now let's see what kind of music Chloe is in these days. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Das war komplett das Gegenteil. Chloe hat keinen. Anyway. You can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. Are you okay? Sure. I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Na gut. Dann suchen wir mal kurz. Oder. Können wir. Können wir wirklich nicht mit dir reden? Hard to believe. Chloe was my BFF just five years ago. My step ass keeps tools down in the garage. I bet you can find something to fix your camera. Okay. Gut. Nebenbei spielt die Musik. Ziemlich laut. Ziemlich laut. Was ist denn das alles? Dann wollen wir mal den Lichtschalter anmachen. Zack. So. Was haben wir hier? Ich liebe Chloe's neue Hautfarbe. Sie ist das Gegenteil von Shy. Of me. Haarfärbemittel. Okay. Und öffnen. Ich wundere, ob Chloe diese Pills nimmt. Ich hoffe, sie ist okay. Fluxitin-Tabletten und SP 10 Milligramm rezeptpflichtig. An den Apotheker bitte mit iPack-Zettel ausgeben. 100 Tabletten. Okay. Schönes Lied im Hintergrund. Was ist das für ein Foto? Du kannst nicht wieder nach Hause gehen, sagte Thomas Wolff. Aber hier bin ich. Okay. Mal sehen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das werden wir auch jetzt mal tun. Bin ich. Zack. Na, wo bist du denn? Ist er noch hier drin, oder? Ach, da ist er. Sehr gut, Meg, sehr gut Okay Okay Oh my Chloe hat das für Joyce an Mothers Day Jahre gemacht. Ich sehe, warum sie es halten würde. Joyce arbeitet immer noch im Diner. Und Chloes neuer Vater ist der Sicherheitskarte. Uh oh. Uh oh. Die Preise sind auf ihre Bälle. Der Hypotheken. David und Joyce Manson. Uh oh. Über 4000 Dollar. Eieieieieiei. Ich würde gerne zum Foto. Foto. Hm. So, wo wollen wir jetzt hin? Da waren wir schon. Können wir da rein? Nein, da können wir auch nicht rein. Und das ist... Achso, okay, gut. Ja, dann gehen wir mal runter. Sieht nicht, wie die Preise-Familie rollt in Doe diese Tage. Ihre Abrechnung ist beigefügt. Dringend. Elektrizitätsrechnung erhalten. Überfällig. Oh, mir scheint es so, als ob Chloes Eltern ein paar Probleme mit der Bezahlung von bestimmten Dingen hat. Jetzt ist das die Chloe, die ich erinnere. Sempre schreit und schreit. Nicht so viel mehr. Tja, Zeiten ändern sich. Ja. Was absolut, ich habe vier Zeit? Um vier Zeit. Bis dann. Danke nochmal für deine Hilfe, Max. Kein Problem. Der Typ ist ein Arschloch. So sehe ich es auch. So sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Oh, Victoria. Hey, Schlampe. Hoffentlich hat dir das Foto gefallen. Es war dein letztes. Uh. Da will wohl jemand mir drohen. Also, ihr Max drohen.